moin leute herzlich willkommen zu einer folge tik tok und youtube wir sind mal wieder eine aufnahme pro abonnent zum zweiten mal sage ich schon aber der erste war so lag hier das alles geleckt hatte also pro abonnent platziere ich tnt wenn 16 da mache ich hier 16 also hier ihr könnt ja alles mit sehen und das und das vier ne 500 abonnenten werde ich dann die ganze welt springen die ist über fünf milliarden breit wahrscheinlich also leute lasst gerne ein like ein abo da dass ich die welt nicht bringen also welt springen mache ich ja aber wenn ich nicht hier wenn ich genug tnt machen soll also für immer ein abonnent dann platziere ich immer tnt also zwei abonnent platziere ich 3 4 5 6 immer so weiter also tschüss 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 tschüss